Sonos zeigt dir auch, was möglich ist im Bereich Ladenbau. Meiner Meinung nach ein reiner Flagship Store, der nicht auf viel Verkaufen aus ist, denn viele Kunden kommen hier nicht vorbei. Die Gegend ist zwar hier in Soho sehr interessant gewählt. Ich glaube nicht, dass der Laden seine Kosten wieder einspielt, aber hier wird viel gezeigt und auch Digital Signet als reines Ladenbauelement. Musik 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 Musik